Ja, und das bin ich. Mein Name ist schicksalsschlechterLP. Willkommen. Voll das Geile ist, ich renne hier raus und der Sprecher ist immer noch da unten. Ist irgendwie ein Lautsprecher wahrscheinlich eingebaut. Hey Jungs! Na, alles klar? Bam! Komm mal hier, das mach ich mit deinem Kumpel auch gleich. Bam! Äh, okay, das Tor ist zu. Scheiße, fuck. La, 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 la. Hey Freunde! Guck mal hier, ich hab ein paar Schrotpatronen vor euch. Zurück in die Hölle mit euch! Äh, okay. Da ist schon wieder diese ekelige Alte, die sich teleportieren kann. Guck mal. Guck mal diese Truller. Guck mal. Na, wirst du wohl... Wirst du... Sag mal. Yeah! Weg mit dir! Hör auf zu... Ach, da ist noch jemand. Natürlich! Warum nicht gleich zwei und drei? Warum nicht noch mehr? Okay, warte mal. Höh! Höh! Ja klar, habt ihr noch paar mehr Dämonen für mich? Ich hab noch zu wenige hier. Guck mal hier, dein Bruder! Yeah! So! Komm her! Ihr seid doch alle... ...durch! Uah! Huch! Ich sollte mal ein bisschen... Uah! Ich sollte mal ein bisschen um mein Leben achten. Uah! Oh Gott! Geh weg, lass das! Äh, ich hab kein Leben mehr. Uah! Nein! Lass das! Das war's! Verdammt, das war dumm. Aua! Nein! Ich hab nichts gegen deine Mama gesagt. Entschuldigung. Uuh! 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 Okay! Jetzt schicken wir definitiv die Höllenbrot wieder zurück. Dahin, wo sie hergekommen sind. So, also nochmal. Das haben wir ja jetzt, ne? Oder muss ich da nochmal R3 drücken? Nein, muss ich nicht. Okay. Hey, warte mal. Wir haben Marken. Ach, ich guck mal. Ich guck da gar nicht rein. Was können wir denn hier? Guck mal hier irgendwas? Da ist noch gesperrt. Ja, ja, ja. Was haben wir hier? Aktiviert sofort die Mikroraketen, wenn sie bereit zum Feuern sind. Ja, was haben wir hier noch? Herausforderung. Was? Ein direkter Treffer eines Explosivgeschosses erzeugt Bombenbündel, die zusätzlichen Schaden verursachen. Uuh! Dazu landet 20 Direkttreffer bei LMPs. Okay. Okay, machen wir das mal hier mit den Schnellwerfern. Und da gehen wir nochmal eben... Uuh! Ich wollte nochmal eben bei... Haben wir hier mal vier Pünktchen? Geschicklichkeit. Hm. Verbessert Tempo. Wechselst die Waffen schneller? Ich weiß nicht. Was kommt denn danach? Du greifst schneller nach Vorsprüngen. Du wechselst die Waffenmod schneller? Ja, weiß nicht. Hm. Was, 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 was? Aktivierung. Füllen Verstärker. Die Gesundheit bis zur maximalen Kapazität auf. Das machen wir mal. So, haben wir noch zwei Stück. Die können wir noch hier vergeben. Ähm. Verkürzt die Nachladzeit für Ausrüstung. Ja, das machen wir. So, haben wir ein bisschen was ausgegeben. So. Also. Jetzt ein bisschen... Ich glaube, ich werde... Hm. Oh, nehme ich den Raketenwerfer und das Sturmgewehr? Ich glaube, Flinte und MG ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Dumm. 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 Da sind die Mini-Raketen. Okay. Probieren wir mal aus. Bäm. 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 So, wer will noch mal wer, hat noch nicht? Bäm. Ciao. So, wer will noch mal wer, hat noch nicht? Wer ist noch ohne Fahrschein? Neue Runde, neue Reise. Geht rückwärts demnächst. Weg mit dir. Dein Gesicht ist hässlich wie deine Mama. Uah. Wo ist sie hin? Erst hole ich mir dich und dann hole ich mir deine Schwester. Uah. Wo kommst du denn her? Huch. Geh weg. Hab ich dir gesagt. So. Bäm. Ich hab dir schon mal gesagt, dein Gesicht ist hässlich. Also hör doch mal auf mich. Geh weg. Dein Bruder war gerade schon hier. So. Ähm. Hier. So. Moment, 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 Jungs. Bin sofort bei euch. Ciao. Ins Gesicht treten ist immer gut. Uah. Uah. Uah, lass das. Uah, Alter. Uah. Was ist denn hier los? Lass das. Uah. Ich sollte hier. Oh Gott. Hilfe. Lass das. Nein. Boah. Was ist das denn? Wie mies. Okay. Die zwei Schwestern der Nacht, die sind, glaube ich, ein bisschen sehr extrem. Gerade unterwegs. Die zwei Schwestern der Nacht, die müssen wir, die müssen wir definitiv erledigen. Ich muss ein kleines Bäuerchen machen. Ich weiß gar nicht, ob das aufgefallen ist. Verdammt. Boah, was ist denn Stress? Ich bin jetzt schon zweimal an derselben Stelle gestorben? Das ist nicht schön. Ey, du ziehst voll das Let's Play in der Länge. Ja, dann guck woanders. So. Okay, also werde ich... Nein, was mache ich denn? Okay, falsche Taste. Ich entschuldige mich. Ich glaube, dann werde ich doch den Raketenwerfer und... Ja, gut, das Dungewehr mit den Raketen war gar nicht mal so schlecht. Gucken wir mal. Hallo. Bam. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Vielleicht sollte ich nicht nur hier oben im Bereich bleiben, sondern einfach weiter in der Arena fortschreiten. Um so ein bisschen in Bewegung zu bleiben. Ja, ja. Ich weiß, hinter mir ist die Hölle los. Wir könnten nur sagen, auf dem Highway ist die Hölle los. Na, wo ist sie denn? Komm her, Gisela. Okay. Okay. Ob das so gut war? Ich schicke euch zurück in die Hölle. Dort, wo ihr hergekommen seid. Warum stirbt der denn nicht? Oh Gott. Der stirbt einfach nicht. Ich brauche Leben. Da oben ist Leben. Ja, ja. Wenig Gesundheit. Ich weiß. Da ist Rüstung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, geh weg. Lass das. Aua. Hilfe. Hilfe. Ich hab hier nicht Leben. Ja. Ciao. Wow. Aua. Lass das. Lass das, hab ich gesagt. Lass das. Wow, da ist Leben. Lass das, hab ich gesagt. Lass das. Lass das. Ich hab gesagt. Ja, 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 ja. Yeah. Bam. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ciao. Alter, was? Uah, wo kommt der denn her? Ciao. La, 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 la. Uh, ist ja überhaupt nicht schwer, die Arena. Ähm. Äh. Warte mal eben. Warte mal eben. Ich muss mal eigentlich hier wegschauen. Auf, äh. Ne, Moment. Scheiße. Fuck. So, jetzt. Ähm, genau. Huch. Wo ist die denn? Ja. Alter, hör auf damit, hab ich gesagt. Ich hab... Ja, er hat sich selbst angeschossen. Wie geil. Oh Gott, oh Gott. Uhaha, uhaha. Was das? Oh, was ein Stress. Oh, uhaha. Uh, alter. Das ist ja noch anstrengender wie jede Geburt. Ich mein, äh, ich mein, ich hab noch keine Geburt mitgemacht. Also, so jetzt, äh, ne. Ich mein, Mann und so geht ja nicht. Äh. Aber, huah. So stelle ich mir ne Geburt vor. Also, nicht so, sondern, ich mein, von der Anstrengung her. Puh. So. Jetzt erstmal sammeln. Erstmal sammeln, umgucken. Alter, Verwalter, ey. Es ist... Boah, brr. Das ist ja normale Schwierigkeitsgrad. Hilfe, um Gottes Willen. Ich habe Angst vor das, was da am Ende auf... In dem Level auf uns wartet. Ich... Ach, guck mal, da liegt Muni. Okay, haben wir Vollschrot-Muni. Sonst... Da geht's weiter. Ich will da noch nicht so weit fortschreien. Sonst geht das Tor gleich zu. Kartaktualisiert, ja, schön. Trisset mich jetzt gerade wenig. Erstmal gucken, ob wir irgendwas vergessen haben zu sammeln. Aber so viel Leben haben wir auch nicht mehr. Hm. Gab's hier hinten noch irgendwas mit Rüstung? Ah, hier ist noch Leben. Sehr schön. Huah. So. War hier noch... Ah, hier, guck mal. Sehr schön. 35 Rüstung, 91 Leben. Da ist noch Leben. Ich sehe es. Ich sehe es genau. Entschuldigung, wenn ich jetzt zurückrenne, aber... Das kommt uns zugute. Und die volle Rüstung. Sehr schön. Wunderbar. Na, hallo? Willst du wohl da raufgehen? Ich glaub's ja wohl. So. Ähm... Aber das war schon echt... Huh. Es wird kniffliger. Definitiv. Ich bin gerade überlegen, welche Waffe ich jetzt nehme. Folgendes was jetzt kommt, weiß ich ja gar nicht. Ah, ja. Aufgeladene Salven. Ich fand die... Ich fand die Granaten eigentlich besser. Oder der Flinte. Die war eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück. Ist das wieder so eine gemeine Tür? Ja, bis jetzt nicht. Okay, das haben wir alles. Äh. Ach, jetzt sind wir hier. Ach, krass. Ach, guck mal, wo wir sind. Boah, die Level sind echt riesig. Die Level sind riesengroß. Das ist ja unglaublich. Und wir haben immer nur noch den gelben Schädel gefunden. Ich würde gerne noch den roten finden, weil dann kommen wir nämlich die Rune machen. Oh Gott, Hilfe. Okay, da oben kommen wir hin. Wir kommen da hin. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt hin müssen. Oh, da gibt es volle Rüstung. Aber wir haben ja voll... Ach, da waren wir ja auch schon gewesen. Das war der Startpunkt. Also müssen wir ja nach oben. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, Tür aufmachen. Ist das, was ich am besten kann. Ähm. Bitte, bitte. Hehe. Hehe. Ich treff die gar nicht von hier aus. Also zumindest nur ein Teil. Hallo, Freunde. Ciao. Geht mal wieder beten, ne Runde. Was haben wir hier? Ist das denn? Ja. Was ist das denn? Was ist das? Warte mal, bevor ich jetzt da hingehe. Ich dachte, dass das ein Teleporter ist. Und ich komme hin. Oh. Oh, Geheimnis. Wie geil. Jawohl. Sehr schön. Okay. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal... Waren wir da... Da waren wir auch noch nicht, ne? Oder? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein Teleporter. Bestimmt, oder? Na, was habe ich gesagt? Sieht aus wie die eine Tür, wo ich sagte, wo wir nicht reinkommen. Ne? Müssen wir mal gucken. Das sieht auch sehr merkwürdig aus, ne? Das ist... Ich enthalte mich meiner... Ja, Stimme, wie dieser Ring aussieht. Das ist... Ja. Ah, der blaue Schädel. Geil. Kommen wir denn mit dem blauen Schädel denn jetzt? Ja, natürlich. Weg mit dir. Bäm. Das war's doch, ne? Ja, natürlich wartet da unten noch einer. Hier. Aua, lass das. Da ist eine Granate. Kannst mit spielen. Geh und spiel mit was Giftigem. So, nochmal eben schnell gucken wegen... Ähm... Wo war denn das? War das jetzt hier? Ne, Moment. Okay, die Musik hat auch nicht aufgehört. Das heißt also, wir sind immer noch nicht alleine. Yeah. Du. Da hinten leuchtet Berserker. Oder glaube ich... Ne, Quatsch. Das ist, äh... Ich glaube, Vierfachschaden oder so ist das. Könnte ich gut gebrauchen. Äh! Was betont für einer? Bist du ekelig? Bäh! Boah, bist du hässlich? Geh weg! Geh weg! Wie bist du denn aus der Mama gekommen? Huch! Hey, Revenant! Hey, Revenant! Hallo, Revenant! Geh weg! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hä? Wo ist er? Hä? Wo ist er hin? Renn doch nicht weg! Woah! Willst du mich verarschen? Bam! Okay, wir sollen definitiv die Rüstung im Auge behalten. Unten die. Dass wir die gleich holen. Da rennt noch jemand. Der kommt schon... Da! Yeah! Bam! Aua, lass das! Na, lass das! Alter, was? Zwei-Ogge weg! Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Weißt du, die ganze Zeit läuft der alleine da rum. Wo sind die? Da hinten. Ah, nein, da komm ich nicht hoch. Kacke! Ah, geh weg! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Guck mal hier! Hast du gesehen, was ich mit deinem Bruder gemacht habe? Oh, den würde ich gerne auseinandernehmen. Wie geht das? Ja, ins Auge! Yeah! Es wird Zeit, dass du zum Optiker kommst! Huah! Huah! Hilfe! Hilfe! Ich hab nichts gesagt! Oh Gott! Guck mal hier! Bam! Huah! Was? Hier spart irgendwas... Oh! Revenant! Was? Den interessiert das... Ah, den juckt das einfach mal gar nicht, dass ich hier stehe! Du musst zum Zahnarzt! Ich bräuchte ein bisschen Leben während... Uah! Ich hänge hier! Hilfe! Hallo! Es wird Zeit, dass ich irgendwie mal ein bisschen Leben bekommen könnte, weil 62 ist nicht viel! Diese Musik immer! Voll Agro-Musik hier! Ich mach euch alle alle! Alle, 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 und den Revenant, den Revenant! Ja, Revenant, du kleiner Otto! Dreh dich in den Arsch, bis es knallt! Ich glaube, das war's. Oh Gott sei Dank, Alter. Wow! So, Rüstung haben wir. Noch mal gucken, wie ich ihn leben. Hu! Der Revenant, der Revenant, der Revenant, hat alles verbennt, hat alles verbennt, so. Äh, ich bin, ihr merkt's, ich bin etwas verwirrt jetzt gerade. Ich mein, bin ich ja sowieso. Ähm... Ich such grad schon mal der... Ah, hier! Ding, 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 ding! Ich frage mich gerade wegen der Rune. Ich frage mich gerade wegen der Rune. Kommen wir bei der Rune jetzt auch schon rein? Da werden wir jetzt wahrscheinlich reinkommen. Wo war das denn nochmal mit der Rune? Das war doch hier, oder? Ach, da oben. Wie kamen wir denn... Hier war das, ne? Oder? Ne, Moment, da oben. Ich hoffe, wir kommen da jetzt rein. Ich will das nicht verpassen. Ich möchte alle Rune-Ereignisse mitnehmen, natürlich. Ja, geil! Geheimnis gefunden! So, Rune-Prüfung. Töte der EMPs mit der doppelläufigen Schrotflinte, um dich vier Sekunden lang bewegen zu können. Du kannst die EMPs töten oder verschonen. Erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Was, du kannst sie töten oder verschonen? Aber um mich vier Sekunden lang zu bewegen, muss ich sie töten? Oh Gott. Das klingt vielversprechend. Das klingt vielversprechend. Oh mein Gott. Tja, Daria, das ist, ähm, ja. Heute so viel gewonnen und schon wieder so viel verloren. Naja. Oh, 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 oh. Ich trinke nochmal ein Schlückle. Moment. Die Wildheit. Spielen wir echt erst fast eine halbe Stunde? Ich dachte, das geht schon länger. Krass. Ja, da bin ich mal gespannt. Kann ich mich jetzt nicht bewegen oder was? Ah, okay. Höhö. Höh, was? Okay. Das ging ja schnell. Das, das, äh, das ging ja echt schnell. Hey, hab gewonnen. Cool. Ah, wie geil ist das denn? Da muss ich jetzt mal gucken, wo lang? Höhö. Na, geh aus dem Weg. Alter. Boah, ich muss da rüber. Wie mies. Höhö. Da komm ich doch nicht rüber. Was? Ähm, okay. Okay, ich sollte mich vielleicht doch nochmal ein bisschen umsehen. Vielleicht gibt es da doch noch einen anderen Weg. Ich will das schaffen. Hallo. Ciao. Ja, hör auf damit. Ah, okay. Das war's. Ah, man wird langsamer, je, ähm, weniger die Zeit ist. Okay. Also sollte ich mich echt beeilen. Also, durchrennen. Versuchen wirklich, ersten Sprung auch direkt durchzurennen. Weg mit dir. Weg mit dir. Na. Nein, was? Ich hab ihn getroffen. Alter, was? Und man verliert sogar Leben. Wie mies. Boah, wie mies ist das denn? Boah, ist das gemein. Das ist echt schwierig. Aber das kriegen wir hin, denke ich mal. Ich denke, wir kriegen das hin. So, ciao. Geh mal aus dem Weg. Du Otto. Geh mal aus dem Weg, du Otto. Na. Boah, ich hab kaum noch Leben. Alter. Höhö. Alter, wie mies das ist. Wie willst du das denn schaffen? Boah, das ist voll gemein. Das ist voll gemein. Das ist ja mal mega schwer. Ciao. Geh weg. Du stinkst nach Maggi, hab ich dir gesagt. Oh nein, was mach ich denn? Oh nein. Das war dumm. Da bin ich falsch rechts abgebogen. Kacke. Mann. Kacke mit Senf. Nein, probiert das bloß nicht aus zu Hause. Kacke mit Senf. Nein. Nicht mal dran denken. So, ciao. Nein. Oh doch. Oh nein. Oh Gott, da bin ich zu spät abgesprungen. Verdammt. Mist. Das ist doch schon nicht mehr feierlich. Das ist schon nicht mehr feierlich. Ich versuch mal links lang. Vielleicht ist links besser. Ciao. Geh weg. Geh weg. Geh, geh aus dem Weg. Höh, da ist sie. Yeah. Alter, Wildheit. Du führst Glory Kills schneller aus. Alter, wie geil. Wie geil wir haben. Boah, das war jetzt aber euch Glück. Das war echt Glück noch ein bisschen dabei gewesen. Die letzten paar Sekunden nach der Zillie noch abzugammeln. Huh. Lieber Pommes mit Senf. Boah, Pommes mit Senf. Ne. Äh. Ich mag ja sowieso keinen Senf. Aber Pommes mit Senf. Äh. Äh. Einzigen Senf, den ich esse, vielleicht mal, ist mal so ein süßer Senf oder so. Aber ansonsten. Ne. Ich bin kein Senfischer. weiter. Wo. Stehen bleiben ist ein sicherer Weg, um zu sterben. Bleibe möglichst viel in Bewegung. Das ist ein guter Tipp. Den hätte ich vorher gebrauchen können. Also zumindest, ähm. In der Arena, wo wir jetzt wieder hinkommen. Das ist... Ja, und für dich auf YouTube. Wir befinden uns immer noch im Live-Let's-Play. Es ist, ähm... Ja. Mittlerweile schon 0 Uhr. So. Das hätten wir. Sehr schön. Freue ich mich sehr. Supi. So. Das heißt, wir können gemütlich zurück. Gibt es jetzt wieder neues Leben hier? Habe ich das richtig gesehen? Ist jetzt wieder... Ah. Die Items sind wieder neu gespawnt. Wie cool. Das heißt, wir können uns wieder volle Energie holen. Bevor wir jetzt weitergehen. Ach. Guck mal. Hier auch. Din, din. Da oben. Din, din. Da unten ist voll. Ja. Nehmen wir mit. Natürlich. Und wir gucken mal, dass wir die Rüstung kriegen. Die hatten wir ja mitgenommen. Da war noch eine Rüstung. Wo war die denn? Wo war die denn? Weil die hätte ich gerne doch noch. Weil ich weiß ja nicht, was uns als nächstes erwartet. Hinter der nächsten Tür. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Wo war diese Rüstung? Ich meine... War die hier? Hallo? Da war sie. Genau. Da kommt man bestimmt hier rüber, ne? Oder? Yeah. 75. Und Geheimnis gefunden. Sehr schön. Können wir denn... Ich schaue mal eben auf die Mappe. Auf die Mappe, Mappe. So, da unten ist auch noch eine Rüstung, sehe ich gerade. Da haben wir den Dings gefunden. Da ist zum Beispiel ein grauer Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Und hier unten auch noch nicht. Aber da könnte sein, dass wir da gleich hinkommen. Ansonsten haben wir eigentlich drei Mia Extras bekommen. Was ist das denn da unten? Das Auge Saurons, oder was? Bestimmt. Das können wir gut gebrauchen. Aber damitzu müssen wir erstmal nach unten kommen. Das heißt also, hier runter, links, wieder links, die Treppe runter. Also runter, links, wieder links, die Treppe runter. Und dann müsste es theoretischerweise, ich schaue nochmal eben, da hinten irgendwo sein. Aua, uah. Aufprallschutz, okay. Ist es auf der Etage? Ne, auf eine. Auf über uns. Da, wo wir gerade waren, fast. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ist es hier? Warte mal, ich schaue mal eben. Ja, es ist in dem Raum. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter in die nächste Tür. Klopf, klopf. Wer ist da? Der Schlechter von Bottrop. Uh, Benzin. Nehmer mit. Jawohl. Yeah. Das Auge Saurons. Ja. Knack. So, was verbessern wir denn? Ich bin aber überlegen. Hm. Wir sterben sehr schnell. Gesundheit. Wir sind eigentlich immer gleichmäßig gegangen. Ich gehe jetzt mal auf Gesundheit wieder. Was ist denn das? Ist das die Oma von PT? Tee? Was? 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 Was war das? Hallo? Oh nein. Oh nein. Oh, hallo Jungs. Oh, hi. E-Maus. Auge mit dir. Yeah. Guck mal hier. Ess auf. Du musst platzen. Vor Übermut. Hallo. Guck mal hier. Uah. Gisela, geh weg. Gisela. Gisela, geh weg. Gisela, geh weg. Hab ich dir gesagt. Geh weg. Du stinkst nach Maggi. Immer noch. Huch. Der Revenant ist ja da. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Hallo, mein Freund. Na, wie geht es dir so? Ich habe dir gesagt, du sollst zum Zahnarzt. So. Wow. Uah, was ist das denn? Aua. Was war das denn? Höh. Was sind das denn für Viecher? Hilfe. Ach, da sind die fliegenden Köpfe von früher. Die habe ich ja ganz vergessen. Die kommen ja auch noch. Stimmt ja. Ui. Sollte vielleicht doch mal... Was ist das hier? Oh, Unverwundbarkeit. Wie geil. Äh. Nur wenn jetzt keine Gegner kommen, ist das so... Ja. Oh, hallo, mein Freund. Ich bin unverwundbar. Ich habe den Gott-Modus an. Höh. Nein, was? Äh. Ich bin unverwundbar. Ich bin unbesiegbar. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.